Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening von World of Warcraft. Wie jedes Jahr im Februar gibt es ein kleines Opening, welches die herzförmigen Schachteln betrifft und auch in diesem Jahr ist natürlich das Ziel die grosse Leaps Rakete. Da hatte ich jetzt die letzten Jahre immer noch kein Glück gehabt mit diesem Mount und mal schauen ob es dieses Jahr sich ein wenig ändert. Und ich werde halt einfach durch meine Jars jetzt durchswitchen und halt im Schnelldurchlauf die Schachteln öffnen und mal schauen ob ich eben am Schluss dann wirklich jubeln kann oder wieder ein Jahr warten muss. Also man sieht sich vermutlich dann gleich am Schluss. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So da sind wir nun beim letzten Charakter angelangt. Ja leider bisher immer noch kein Glück gehabt und am Schluss sollten es glaube ich 195 Schachteln sein. Mal schauen wie es nächstes Jahr dann eventuell wird, weil da wird denke ich mal die Grenze wieder auf Level 60, also auf Max Level gesetzt werden. Dieses Jahr gab es ja bis Level 50 noch so eine Schachteln. Aber mal schauen wie es jetzt bei diesen hier noch wird. Aber ja sieht glaube ich nicht so gut aus. Die Drop Rate ist einfach wirklich zu gering. So und die letzte, ja leider dieses Jahr wieder nichts. Aber ja dann gibt es wieder nächstes Jahr die Chance auf ein neues Video und mal schauen ja ob es nächstes Jahr ein bisschen besser klappt. Und ja das war es eigentlich für dieses Opening. Ich hoffe ich konnte euch ein wenig unterhalten. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg und viel Spass an diesem Tag. Und bis bald.